Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem, wer, das ist ja nicht, wer kennt uns besser, sondern wer kennt alles besser. Ah ja, wer ist schlau, stimmt. Leute, wir sind heute zusammen mit RedPhoenix-, hier hast du ja auch unterstrich, mich, ey, Leute. Ja, weil in Minecraft kannst du keine Leertaste in den Namen nehmen. Achso, okay. Er macht mich immer zu saum, wenn ich in der Beschreibung unterstrich phoenix habe. Naja, ich hab hier auch OE, weil es auch kein Öhr geht. Was kann Minecraft eigentlich? Ja, da ist mein Name schon praktischer, ne? Wir spielen jetzt, wer kennt den anderen besser und für das haben wir hier wieder Diamantenkisten und Dings. Red hat uns sogar eine schöne neue Map gebaut. Ja, man hat hier jetzt zwei Dropper und ja, genau. Ich würde sagen, ich müde mich. Ah ja, genau, ich müde mich auch, Leute. Und dann, warte, ich muss kurz auf deinen Discord kurz. So, ich hab mich jetzt gemutet, Leute. Ich hoffe, Red mutet sich auch gleich. Ich hab hier ein paar, was sind die denn jetzt? Ich muss die kurz nach vorne holen. Hier, meine allgemeinbesten Fragen. Äh, wie, ups, wie viele Szene hat... Ach, scheiße. Hat ein Mensch. Normalerweise, ich kann das jetzt nicht alles hinschreiben, sonst wird das extrem lange. Ich kann ja auch selber natürlich mitraten. 32 oder 34. Jawohl, gut, das ist jetzt ein bisschen dumm, weil ihr seht, dass da jetzt immer mal nicht die Dings reinmachen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Ganze aber gegoogelt, von daher soll das stimmen. Auf jeden Fall bin ich fertig. Äh, ich fahr mal kurz Red. Ich bin fertig. Okay, er gibt einfach keine Antwort. Perfekt. Er ist noch beschäftigt mit Schmuck. Ah, okay. Okay, Leute, wir sind beide fertig. Das heißt, ja, es geht los. Wir können mal wieder Schere-Stein-Papier spielen. So, was nehmen wir denn dieses Mal? Bist du Ready Red? Ready Red, Alter. Ähm, ja. Dann drei... Ah, nee, warte. Schere, Stein, Papier. Ja, wow, perfekt. Ah, wir sind überhaupt ready. Ja, ja. Schere, Stein, Papier. Boah, das ist schon wieder. Ey, heute ist so ein guter Tag irgendwie. Ich hab vorhin schon in Red seiner Folge gewonnen. Schaut euch aber auch noch einmal. Ein von zweimal. Ah, stimmt, wir auch noch einmal von zweimal. Naja, okay. So, willst du anfangen oder so? Ich anfangen. Diesmal kannst du anfangen. Was war das denn? Alles klar, buddy? Ja, ich denke, sein Internet ist weg. So, da bin ich wieder. Ja, der kann leicht rumhängen. Ja, ich hab's gebackt. Okay, so. Welche von den Automarken gehören zur Kombi-Gruppe? Nee, nee, du sollst anfangen. Ach so. Ja. Wie viele Zähne hat ein Mensch? So, durchschnittlicher, normaler Mensch. 32. Ich glaube, 34. Schade. Ja, du, kick. Nein, Spaß. Das sind tatsächlich 32, ja. Welche der Automarken gehört zur VW-Gruppe? Oh, nein. Ist das entweder BMW oder Bugatti? Also, warte, 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 warte. Was? Zu WM-Gruppe? Ja, VW. Ach so, ah, VW. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen. Digga, du kannst nicht mal lesen. Das ist für ein Leben, kein M. Bugatti oder BMW? Ich glaube, BMW, weil... Also, Bugatti ist ja nichts Deutsches. Volkswagen ist ja was Deutsches. Und BMW doch auch, oder? Scheiße. Was? Bugatti gehört zu VW? Oder hast du... Bugatti gehört zu VW, Lamborghini gehört zu VW, Audi gehört zu VW. Ja, VW hat einfach alles aufgekauft. Ach so. Oh mein Gott. Bugatti wurde aufgekauft, deswegen. Lol. Das ist so asozial, die Frage. Was? In welcher Einheit wird elektrischer Widerstand gemessen? Hatte dir schon Physik? Ich hab Filmmusik, aber elektrischer Widerstand wird in Ohm gemessen. Oh scheiße, du weißt das? Ich bin Physik-Einser-Kandidat. Ja, moin. Ja, ich bin eigentlich auch nicht so dumm in Physik, aber als ich mir die Frage gestellt habe, hab ich zuerst gedacht, er ist doch Safe Volt und dann so Ohm und ich so. Scheiße. Gehören Burger King und McDonalds zusammen? Ah, das ist doch so... Das ist so eine behinderte Frage. Jeder würde sagen, nein, aber irgendwie... Ja, aber... Hä? Das ist jetzt irgendwie übel Brain-Fuck gerade. Sagen wir es so, warte mal, bevor du jetzt irgendwas auslesst, ich habe heute schwere Fragen genommen, Fangfragen und Fragen, wo ich mir sage, die kannst du wissen. Ich eben auch, ich glaube, es ist eine Fangfrage. Definitiv nein. Was? Die gehören zusammen? Ja, das ist ein Unternehmen. Lol. Okay, ich bin verwirrt. Ja, der W sollte da nicht sein. Der Mann der Filme Titanic mit Fragezeichen. Und W? Ja, W sollte da nicht sein. Achso. Ich wollte schon laufen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Oscars Titanic waren. Elf oder acht. Elf. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Junge. Boah. Wo kommt Samsung her? Aus China oder aus Südkorea? Oh Gott. Ich glaube aus Südkorea, nicht aus China, oder? Ja. Oh mein Gott. Tokio wäre ja zu Robis gewesen, weil Tokio ist eine Stadt, ja. Ja. Okay. Wie viel? Du hast jetzt schon zwei, ne? Ich habe zwei. Ich habe Anschlusstreffer, aber trotzdem. Komm schon, aber das verkackst du jetzt. Sonst bist du echt gut in Biologie. Das ist das chemische Symbol für Blei. Das ist das chemische Symbol für Blei. P-B-B-E. Jetzt google das, jetzt google das. Nein. Aber so Bigsby oder so. Die ganze Zeit Kopfhörer im Ohr. Ja, Wolfi hilft dir einfach. Blei. Ey, was ist eigentlich mit Wolfi los? Wolfi spielt seit 13 Stunden Minecraft. Chemisches Zeichen für Blei. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war Gold ist AG. Das ist wieder sowas. Äh, ja. Das ist wieder so. Das könnte alles sein. Wenn ich nicht komplett bin, dann war das wie bei Gold auch. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Als was wird Sachsen meist bezeichnet? Wird Sachsen meist als Bundesland oder als Freistaat bezeichnet? Boah, Junke. Ja, ich komme aus Sachsen. Ja, eben. Ich glaube aber schon als Bund. Nee, das ist kein... Ist das ein Bundesland? Scheiße, Mann. Ich habe von Deutschland sogar keine Ahnung. Ich nehme Freistaat. Jawohl. Ist das ein Bundesland? Sachsen ist ein Bundesland. Ja, es ist ein Bundesland, wird aber als Freistaat Sachsen bezeichnet. Okay, dann... Klingt doch auch viel logischer. Wenn du jetzt hörst, wenn ich dir jetzt sagen würde, Bundesland Sachsen Freistaat Sachsen. Ja, eben. Das dachte ich mir so, so. Freistaat hört sich natürlich an, so. Aber ich habe das Gefühl, dass wir bei denen Fragen immer mehr Punkte machen als bei denen. Ja, irgendwie schon. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Das musst du wissen. Aber ich war tatsächlich auch ein bisschen verwirrt, weil Google hat mich zuerst angelogen. Ach. Ach, scheiße. Du weißt es ja. War ein bisschen einfach. Ja, weil Pluto ist ein Zwerg. Ja, der zählte aber eine Weile lang. Als ich noch in der vierten Klasse war, zählte der tatsächlich noch zum... Ich weiß. Bei mir auch. Okay. Welches Unternehmen ist größer? 2021. Nike oder Adidas? Och, ich dachte, es kommt schon so was von Elon Musk und so. Aber was hat mir in letzter Zeit mehr zu labern gegeben? Ich glaube, Adidas, oder? Als ob. Es war Nike. Och, Mann. Und zwar mit einem echten Abstand. Nike hat 2021 Umsatz von 31 Billionen gemacht. Und Adidas nur von irgendwie so 24 Billionen. Ja, gut. Es würde mir auch reichen, so. So ist es nicht, aber. Es würde mir auch reichen, um in Rente zu gehen. Aber egal. So, wie viele, was hast du denn? Zwei. Wie lange ist deine Aufnahme schon? Meine Aufnahme ist eine Viertelstunde. Da können wir noch ein Battle machen. Oh. Oder auch nicht. Ey. Ah, oh mein Gott, halbes Herz. Lol. Ich bin ungesport. Perfekt. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe die Dias gefunden. Lol. Ich hätte... Ja, hier unten wirst du einiges finden. Leute, wir sind jetzt hier auf gomhd.net, Alter. Und wir spielen jetzt hier... Ich habe meine Speed Potion raushersehen geworfen. Und ich bin... Ich habe den Effekt nicht mal bekommen. Oh. Aua. Ich dachte, der explodiert irgendwie erst, wenn du so kommst. Wie TNT. Oh mein Gott. Aua. Das ist also... Oh. Lo. Was ist jetzt passiert? Nein. Ja. Oh. Komm schon, die kommt an. Sie kommt nicht an. Ach, scheiße. Nee, sie ist ein Millimeter daneben geflogen. Ja, eins ist für mich. Scheiße. Nächste Runde, Leute. Red fittet die Map schon kacke. Das heißt, ich finde sie gut. Und das heißt, ich werde gewinnen. Oh mein Gott, war das gar gefährlich. Sie reden wie so ein Bot gerade im Kreis gerade und versuchen, sich das flagen. Nein. Ah. Ich hoffe, ihr habt die Hände verheiratet gegen mich. Ja. So weit, was hast du dich mehr? Nein. Nein. Oh nein. Ah, ich habe dich ausgetrickst. Nein. Nein. Ja, bitte. Nein. Fliegt. Nein, das klappt. Nein. Wie denn? Nein. Nein. Was bringt mir die scheiß Route, Mann? Fang. Digga, wenn man einen mit der Route erst trifft und danach ritte, dann fliegt der weiter. Hä, wieso fliegst du denn nicht? Ach so. Besser ist das. Oh. Das ist so stressig, Leute. Was war das immer, was so zerbricht irgendwie? Nein, das ist, wenn man so nach unten fällt, dann mancher ein bisschen Schwung hat. Mit viel Schwung, dann macht man die Map. Oh. Geh. Nein, die kommt nicht mehr an. Ach doch, die kommt es aber nicht an. Doch, Mann. Doch. Doch. Du hast zu spät reagiert. Ach, scheiße. Ja, es gibt noch meins scheinbar. Du bist nicht bei mir drin. Ich? Du bist bei einem Random. Oh, das ist wirklich ein Random. Aua. Hab mich geroutet. Okay, Leute. Das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen. Äh, einen Battle haben wir noch. Du hast gerade nicht gegen mich gespielt. Ach so, stimmt. Ja, ups. Irgendwann kann mal passieren. Du Scheiße. Ich kann denn so anzup... Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ah, die Nerf-Parte kommt an. Oh mein Gott. Die haben einfach deinen Creeper gehittet. Oh Gott. Oh, lol. Oh mein Gott, wie ich fast draufgegangen bin. Nein, ich hab ihn daneben geworfen. Mein Schnelligkeitstrank. Ah, nee, doch nicht. Oh mein Gott, ich bin dann fast wieder runtergefallen. Fall doch runter, Mann. Nicht mehr. Oh mein Gott. Wen hältst du dich? Für Mankind. Allah. Ich bin dann fast tot. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Digga, ich hab keinen Platz auf dem Maushal. Der hinten, mein Maushal, der sieht so niedrig. Das ist so scheiße. Ich krieg grad nur eine 6er CPS hin. Nein. Oh. 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 Nein, ich glaub's hat nicht. Doch, es hat noch gereicht. Komm schon, bitte. Ich hab keine Erinnerung mehr. Oh, Mann. Tschüss. Tschüssi. Oh, Leute, das war's. Aber gg. Ja, ich glaub, ich pvp einfach nicht so. Ist nicht so mein Ding irgendwie. Ich war irgendwie immer. Naja. Leute, es gibt auch Jump-Words. Stimmt. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Okay, Leute, das was wir diesem Video, und wenn's euch gefallen, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Schaut auch bei Red vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, was auch immer wir machen. Ja. Und hast du noch was zu sagen? Ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da bei beiden Kanälen. Ah ja, bei beiden, genau. Ja, ja. Schleichwerbung. Ja, das war's, Leute. Ja, Abo da rein. Tschüssi. Tschau, tschau, tschau. Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.